Sehr geehrte Damen und Herren, meine heutige Gesprächspartnerin ist eine junge Wissenschaftlerin, Frau Dr. Elisabeth Steinhauser. Schön, dass Sie da sind. Sie ist Universitätsassistentin an der Universität Salzburg und zwar im Bereich der Rechnungslegung und Steuerlehre am Fachbereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und am dortigen Netzwerk Recht, Wirtschaft und Arbeitswelt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind im normativen und steueroptimierenden Überlegungen zur Besteuerung der betrieblichen Leistungsfaktoren und zwar Arbeit, Immobilien und Kapital. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Digitalisierung. Dazu komme ich dann noch später, weil da ist gerade ein Buch herausgekommen mit Ihnen. Aber was ich noch unbedingt erwähnen möchte, Sie haben eine sehr schöne wissenschaftliche Karriere. Literarisches Schaffen ist schon sehr üppig. Aber was mir aufgefallen ist, Ihre Dissertation wurde gleich zweimal ausgezeichnet. Und zwar haben Sie diese Dissertation zum Thema Ertragsbesteuerung inländischer Risikokapitalfonds. Und dafür haben Sie nicht nur den Preis des Bankenverbandes bekommen, sondern auch den Leobold Kunschak Wissenschaftspreis. Also herzliche Gratulation. Und nun komme ich zu dem Buch, das lautet Besteuerung und Wirtschaftsprüfung im Kontext der Digitalisierung. Wie ich schon erwähnt habe, ist in Digitalisierung auch eines Ihrer Forschungsgebiete im Steuerwesen. Aufgefallen ist mir auch, dass es hier nur Herausgeberinnen gibt. Und zwar Sie mit den beiden Professorinnen Sabine Urenik und Sabine Kirchweger. Dazu komme ich dann auch noch zum Abschluss des Interviews. Aber meine erste Frage ist, können Sie dieses Buch kurz skizzieren? Was sind denn die Herausforderungen in der Digitalisierung und Automatisierung im Steuerwesen? Und vor allem gibt es da hier nicht noch beim Gesetzgeber Aufholbedarf? Also beim Stichwort Digitalisierung denkt man im Steuerrecht immer zunächst an die Besteuerung der digitalen Wirtschaft. Da geht es um die Frage, die derzeit auf internationaler Ebene diskutiert wird, ob man die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen ändern sollte, um Unternehmen wie Google oder Facebook eben in Ländern besteuern zu können, wo sie eigentlich keine Präsenz haben, aber wo deren Wertschöpfung erfolgt. Diesen Thema ist natürlich auch in unserem Buch dann umfassend Platz eingeräumt worden. Darüber hinaus hat aber das Thema Digitalisierung und Automatisierung aus Sicht des Steuerwesens und der Wirtschaftsprüfung noch zahlreiche weitere Anknüpfungspunkte. Und aus dieser Vielzahl der Aspekte haben wir noch einige weitere Themen herausgegriffen. Die kann man im Wesentlichen in zwei Bereiche grob unterteilen. Zum einen haben wir neue Geschäftsmodelle vorgestellt, zum Beispiel das Geschäftsmodell der Plattform Airbnb oder neue wirtschaftliche Phänomene wie zum Beispiel die Blockchain und die darauf basierenden virtuellen Währungen. Und diese Themen haben wir auch steuerrechtlich eingeordnet. Das ist grundsätzlich eine Herausforderung für den Rechtsanwender, aber für den Gesetzgeber kann sich auch hier ein Handlungsbedarf ergeben, wenn es nämlich darum geht, dass man diese Besteuerung auch durchsetzt, weil die ist oftmals abhängig von der Einhaltung der Erklärungspflichten durch den Steuerpflichtigen. Wobei man hier dem Gesetzgeber zugute halten muss, dass sie hier schon Ansatzpunkte finden im Abgabenänderungsgesetz 2020. Und ein letzter Themenbereich im Buch betrifft die Frage, inwieweit die Digitalisierung, die Automatisierung, die Technologie die Arbeit eines Wirtschaftstreuhänders bereits beeinflusst hat und noch künftig beeinflussen wird. Da geht es nicht nur um die Frage, wie ändern sich Arbeitsabläufe, sondern was sind die Anforderungen an einen Steuerberater und an einen Wirtschaftsprüfer in der Zukunft? Ein sehr interessantes Buch, ein schöner Bogen. Ja, mit ganz verschiedenen Themen, mit verschiedenen Themen, die aus Sicht des Steuerwesens und der Wirtschaftsprüfung mit diesem Schlagwort Digitalisierung in Verbindung gebracht werden können. Ja, sehr gute Idee. Ja, und ich bleibe noch bei der Besteuerung der digitalen Wirtschaft, wie Sie es angesprochen haben. Mich würde interessieren, welche Rolle kommt hier in diesem Zusammenhang dem Digitalsteuerrecht 2020 zu? Also, weil man sich auf EU-Ebene nicht einigen konnte auf eine einheitliche EU-weite Digitalsteuer, hat sich der österreichische Gesetzgeber entschlossen, eine neue Steuer einzuführen, die Digitalsteuer. Okay. Die gilt seit Jahresbeginn. Nur das Wesen dieser Digitalsteuer ist eigentlich keine Ertragsbesteuerung, worum sich eigentlich die Diskussion zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft dreht, sondern sie ist viel mehr vergleichbar mit der Werbeabgabe. Bis dato war nämlich die Online-Werbung, also die Werbung im Internet, nicht von der Werbeabgabe erfasst. Das ist schlichtweg im Werbeabgabegesetz nicht vorgesehen. Also war das durchaus gerechtfertigt, diese Abgabenbelastung hier auszudehnen auf die Online-Werbung. Allerdings ist der persönliche Anwendungsbereich der Digitalsteuer relativ eng gefasst. Er anfasst nämlich sogenannte Online-Werbeleister und die werden definiert über sehr hohe Umsatzgrenzen. Weshalb man im Ergebnis davon ausgeht, dass wohl nur ausländische Digitalkonzerne betroffen sind, sehr große Digitalkonzerne wie zum Beispiel Google oder Facebook. Und dementsprechend gibt es auch hier schon in der Literatur, Verfassungs- und europarechtliche Bedenken, die da geäußert wurden. Und auch die finden sich natürlich in unserem Werk. Wenn ich Ihnen da so zuhöre, sehen Sie dann wirklich Lenkungseffekte oder ist es nicht doch nur eine Geldbeschaffungsmethode des Staates? Also zur Lenkung, das Ziel des Gesetzgebers war es hier, einen Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit zu leisten. Wenn man aber jetzt davon ausgeht, dass der Online-Werbeleister als Steuerschuldner diese Digitalsteuer in der Praxis ja auf den Auftraggeber überwälzt, dann kann sich aus meiner Sicht die Gerechtigkeit nur insofern ergeben, dass jetzt in der Werbebranche nicht nur klassische Werbung, sondern auch diese Online-Werbung, aber eben nur bei ganz bestimmten Online-Werbeleistern, mit einer Abgabe belastet ist. Eine Lenkung insofern, dass man dadurch die Online-Werbung vielleicht in ihrer Bedeutung zurückdrängen würde, das wage ich zu bezweifeln, das glaube ich nicht. Zum Steueraufkommen, das wurde geschätzt mit 25 Millionen Euro im Jahr 2020. Und das ist meines Erachtens schon an sich ein überschaubarer Betrag. Hinzu kommt aber noch die gesetzliche Verwendungsbestimmung. Es ist nämlich im Gesetz vorgesehen, dass von diesem Steueraufkommen 15 Millionen Euro für die Finanzierung des digitalen Transformationsprozesses österreichischer Medienunternehmen einzusetzen ist. Und auch dazu gibt es natürlich erhebliche Kritik, der ich mich nur anschließen kann, insbesondere der Kritik aus demokratiepolitischer Sicht. Sie haben schon angesprochen virtuelle Währungen, auch in Ihrem Buch. Und dazu haben Sie noch viele andere Artikel geschrieben. Einen möchte ich herausheben, Spaltung einer Kryptowährung aus ertragsteuerlicher Sicht. Und in diesem Zusammenhang die Frage, wie sehen Sie die Besteuerung von Bitgern und Co. als Zahlungsmittel? Ja, es gibt schon sehr viel Literatur zu diesem Thema und auch Stellungnahmen der Finanzverwaltung. Und das hat dazu beigetragen, dass man zumindest ertragsteuerlich, glaube ich, schon einen gewissen Konsens feststellen kann, wie virtuelle Währungen zu erfassen sind. Also grundsätzlich als Veranlagungsobjekt, das aber kein Kapitalvermögen ist. Aus umsatzsteuerlicher Sicht gibt es hier schon Rechtsprechung des EuGH, der den Bitcoin de facto mit Zahlungsmitteln gleichstellt. Es gibt aber darüber hinaus noch viele besondere Sachverhalte, wie zum Beispiel eben diese Spaltung von Kryptowährungen oder auch die entgeltliche Überlassung von virtuellen Währungen. Dazu gibt es meines Erachtens noch keine eindeutige steuerrechtliche Einordnung. Und diese Problematik trifft auch zu auf ganz viele weitere virtuelle Währungen. Man nennt sie mittlerweile Crypto-Assets, weil sie eben schon viele Funktionen und Merkmale aufweisen können. Diese sind aus der Idee des Bitcoins entstanden in den vergangenen Jahren, aber haben eben teilweise ganz andere Merkmale. Und dafür ist die steuerrechtliche Einordnung meines Erachtens auch noch nicht eindeutig geklärt. Sie haben sich noch mit einem anderen Thema für mich virtuell beschäftigt. Und zwar ist mir ein aufgefallener Artikel in der SWI zur Besteuerung internationaler E-Sportler. Das war sehr interessant für mich. Und da haben sie den Begriff skizziert, habe ich gelesen. Ich habe mir da notiert, unter dem Begriff elektronischer Sport ist der unmittelbare Wettkampf zwischen menschlichen Spielerinnen und Nutzung von geeigneten Video- und Computerspielen an verschiedenen Geräten und auf digitalen Plattformen unter festgelegten Regeln. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, unter einem klassischen Sport verstehe ich etwas anderes. Aber gut, es gibt nun einmal diesen E-Sport-Begriff. Und in diesem Zusammenhang eine weitere Frage, wenn Sie sich mit dem, die mich sehr detailliert beschäftigt haben. Ich denke, was ist dann mit der Sportlerpauschalierungsverordnung? Wie ist dann das zu sehen in diesem Zusammenhang bzw. die Besteuerung nach dem OECD-Musterabkommen? Oder bei Sport ist Gemeinnützigkeit immer ein großes Thema? Also, wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, dann teile ich Ihre Skepsis durchaus. Das freut mich. Das kam mir ja schon altmodisch vor. Ja, nein. Also aus meiner persönlichen Sicht habe ich auch gewisse Bedenken, dem E-Sport die Qualifikation als Sport zuzusprechen, angesichts der möglichen gesundheitlichen oder auch gesellschaftlichen Folgewirkungen. Aber ob E-Sport als Sport gilt, ist allein deswegen nicht eindeutig beantwortbar, weil es keine allgemeingültige Definition für Sport gibt. Und das betrifft auch das Steuerrecht. Zwar verwendet das Steuerrecht oft den Begriff des Sports oder des Sportlers, aber ohne den zu definieren. Und selbst innerhalb des Steuerrechts ist Sport nicht gleich Sport. Also meines Erachtens kann man argumentieren, dass ein E-Sportler unter dem Sportlerbegriff des Artikel 17 OECD-Musterabkommen fällt. Umgekehrt ist meines Erachtens zweifelhaft, ob er auch als Sportler im Sinne der beschränkten Steuerpflicht gilt oder auch im Sinne der Sportlerpauschalierung. Und eine ähnliche Problematik, wie Sie gesagt haben, betrifft die Frage der Gemeinnützigkeit, ob E-Sport als Körpersport im Sinne der Bundesabgabenordnung gelten kann und damit diese Vereine gemeinnützig sein können. Ganz generell, muss ich sagen, ist dieser E-Sport eben für mich wieder ein weiteres Phänomen der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft. Und diese Auseinandersetzung mit diesen Themen aus steuerlicher Sicht, die gefällt mir deswegen sehr gut, weil sich dadurch nicht nur neue Fragen ergeben in der Rechtsanwendung, sondern, und das ist vor allem aus wissenschaftlicher Sicht sehr interessant, es gibt den Anlass, dass man sich mit den bestehenden steuerlichen Normen kritisch auseinandersetzt. Und das zeigt sich ganz besonders hier beim E-Sport. Es ist schön, dass Sie sich dem annehmen. Und ich glaube, das Betätigungsfeld wird immer mehr. Ja, das wird immer breiter. Ja, genau. Nein. Sie publizieren nicht noch sehr viel, sondern Sie gehen auch auf Tagungen und tragen vor. Da muss ich jetzt gestehen, mein Kollege Mag. Bernhard Renner hat Sie in Linz kennengelernt und Sie mir auch empfohlen als Interviewpartnerin, denn Sie haben mir dort gemeinsam vorgetragen. Ich möchte auch noch kurz erwähnen, dass der Mag. Bernhard Renner Anfang des Jahres beim BfG-Journal auch mit dem Redaktionsteam ist, denn unsere Präsidentin, die Frau Dr. Mosenem, ist in Pension gegangen und unser Vizepräsident Dr. Christian Lennes wird nun Herausgeber. Und von ihm gehört, dass Sie dort einen sehr guten Vortrag gehalten haben, Frau Mag. Renner, rückwirkende Fehlerberichtigung im Unternehmensgesetzbuch versus Bilanzberichtigung nach § 4 Absatz 2 Einkommensteuergesetz. Können Sie unseren Lesern und Leserinnen Ihren Vortrag mal kurz skizzieren? Also ich habe gegenübergestellt die Fehlerbehandlung im UGB und im Steuerrecht. Und im UGB gibt es unterschiedliche Meinungen. Tendenziell geht man aber dort davon aus, dass es ausreichend wäre, eine Fehlerkorrektur im laufenden Rechnung als im aktuellen Jahresabschluss vorzunehmen. Ganz anders ist das im Steuerrecht. Im Steuerrecht ist eine Fehlerkorrektur immer in der Bilanz des Fehlerursprungsjahres vorzunehmen. Diese Korrektur an der Wurzel. Und die auch dann vorzunehmen, wenn das gar keine Auswirkungen hat auf die Abgabenfestsetzung. Das kann aber dann dazu führen, bei zum Beispiel bereits eingetretener Verjährung, dass Aufwendungen oder Erträge doppelt oder nicht erfasst werden. Beziehungsweise konnte das eintreten. Das geht auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zurück, der, anders als der BfH, immer einen Vorrang sieht des Prinzips der periodenrichtigen Gewinnermittlung im Vergleich zur richtigen Totalgewinnbesteuerung. Durch das nunmehrige Konzept dieses Zu- und Abschlagssystem, § 4 Absatz 2, kann man dem entgegenwirken. Das zielt auf eine richtige Totalgewinnbesteuerung ab. Allerdings gilt es nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen. Zum Beispiel muss es sich um einen Fehler handeln, der periodenübergreifend wirkt, in einem noch nicht verjährten Zeitraum. Aus zeitlicher Sicht sind Fehler betroffen ab dem Jahr 2003. Und das bedeutet, im Laufe der Jahre, der nächsten Jahre, wird sich dieser Berichtigungszeitraum permanent verlängern. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch praktische Herausforderungen daraus resultieren, im Zusammenhang mit Nachweisfragen. Ich komme schon zu meinen zuletzten Fragen. Und zwar ist mir nämlich nicht nur ihre wissenschaftliche Karriere in Bezug auf Recht und Steuern aufgefallen, sondern im Lebenslauf konnte ich lesen, dass sie noch ein anderes Studium gemacht haben, und zwar Slawistik mit Schwerpunkt Russisch. Und sie haben das nicht nur studiert, sondern sie haben sogar noch ein Auslandssemester gemacht in Moskau an der Akademie. Und daher meine Frage, wie kam es dazu, dass Sie Russisch gewählt haben und können Sie diese Sprache auch beruflich verwenden? Also mein Interesse für Russisch, für die russische Kultur vor allem, aber auch für die russische Sprache, das wurde bereits in meiner Schulzeit geweckt. Ich habe im Gymnasium Russisch gelernt. Und während meines Studiums wollte ich das einfach vertiefen oder zumindest nicht ganz vergessen. Und weil ich davon überzeugt bin, dass man gerade eine Sprache wie Russisch nur dann wirklich lernt, wenn man in dem Land wohnt, wo die gesprochen wird, bin ich dann ins Ausland gegangen und habe immer an der Moskauer Akademie für Wirtschaft und Recht studiert. Das war nicht nur für meine sprachliche Weiterentwicklung sehr gut, sondern auch für meine persönliche. Aber ich habe zum Beispiel auch Kurse zum russischen Finanzrecht besucht, was mir auch fachlich viel gebracht hat. Nach meiner Rückkehr habe ich aber dann begonnen, in der Steuerberatung zu arbeiten, neben meinem Studium. Und die Tätigkeit hat mir von Beginn an viel Freude gemacht. Und mich darin bestärkt, mich auf mein Hauptstudium Recht und Wirtschaft zu konzentrieren. Und leider ist deswegen dieses Slavistikstudium noch nicht abgeschlossen oder nicht abgeschlossen. Mal sehen. Beruflich kann ich meine russischen Kenntnisse kaum einsetzen oder wirklich nur sehr wenig, weil sowohl in der Wissenschaft als auch in der Steuerberatungspraxis natürlich Englisch als Fremdsprache dominiert. Doch, ich habe gedacht, dass doch mir grund auch in der Osterweiterung mehr die slawischen Sprachen kommen. Aber trotzdem ist oft einfach der gemeinsame Nenner das Englische. Ist das Englisch, ich verstehe. Trotzdem verraten Sie mir noch, weil ich weiß, dass Sie nicht in Wien aufgewachsen sind, in welcher Schule Sie Russisch gelernt haben. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Gmünd im Waldviertel. Wunderbar. Und abschließend noch eine Frage im Zusammenhang mit diesem Buch. Ich habe schon erwähnt, dass es hier nur Herausgeberinnen sind. Daher haben wir eine Frage, wie war die Zusammenarbeit hier nur mit Frauen? Und vor allem die noch wichtigere Frage, Sie sind eine junge Wissenschaftlerin. Wurden in der Vergangenheit oder in der kürzeren Vergangenheit Frauen doch gefördert? Gibt es hier Ansätze? Weil ich meine, es ist sicherlich jetzt von mir nicht überheblich, wenn ich sage, es gibt ja kaum einen Überhang in der Wissenschaft, gerade im Steuerrecht, was Frauen betrifft. Und gibt es noch immer Hürden und wenn ja, welche? Also zunächst zur Zusammenarbeit mit Frau Prof. Urenig und Frau Prof. Kirchmeier an diesem Band, das verlief aus meiner Sicht ganz ausgezeichnet. Für mich persönlich ist das eine sehr große Freude, dass ich neben diesen zwei renommierten Professorinnen da als Mitherausgeberin fungieren darf. Schließlich habe ich als Studentin bei den beiden noch Finanzrecht bzw. betriebswirtschaftliche Steuerlehre gelernt. Ich darf auch schon seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt bei Frau Prof. Urenig im Team an der Universität Salzburg mithelfen. Und die beiden haben auch meine Dissertation betreut. Und seitdem und dadurch haben sie mich nicht nur immer gefördert, sondern bringen mir… Und sie haben auch den Preis dafür gekriegt. Genau, genau. Zwei. Ja. Und werde ich dann nicht nur gefördert, sondern sie bringen mir auch immer sehr viel Vertrauen entgegen, auch bei diesem Projekt wieder. Das weiß ich sehr zu schätzen. Zur Frauenförderung in der Wissenschaft, ich glaube, das Bemühen ist durchaus da. Man kann es vielleicht auch aus den rechtlichen Regelungen, aus dem Universitätsgesetz ablesen. Inwieweit diese gesetzlichen Vorschriften dann dazu beitragen, dass sich der Anteil der Frauen erhöht an den Universitäten, das kann ich nicht beurteilen. Aber aus meiner persönlichen Sicht ist die Wissenschaft ein sehr herausforderndes Umfeld, insbesondere für Personen mit Betreuungspflichten von Kindern oder zu pflegenden Angehörigen. Und das betrifft wohl nach wie vor vorwiegend Frauen. Weil ein Job an der Universität ist kein klassischer 9-to-5-Job. Es gibt keine klassischen Feierabenden oder Wochenenden. Und das betrifft nicht nur Führungskräfte, sondern das beginnt bereits bei Dissertantinnen und Dissertanten. Und vor dem Hintergrund ist mein Respekt vor den Leistungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die das gut vereinbaren können, Beruf und Familie, ganz besonders groß. Ja, da haben Sie schon einen tiefen Einblick gewonnen. Nur noch zum Abschluss zu den persönlichen Vorlieben. Und zwar, Ihr Ziel für heuer ist, wir haben noch haben Jänner. Das heißt, Sie haben lange Zeit. Es gibt Neujahrsversetzen, ja. Beruflich meine Habilitationsschrift konsequent oder konsequentär voranzutreiben und privat mir mehr Zeit zu nehmen für Familie und Freunde. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Das war über Weihnachten, habe ich gelesen, Wahl 2019. Das ist herausgegeben von Thomas Hofer und Barbara Troth. Das größte Vergnügen für Sie ist? In der Natur unterwegs zu sein. Wenn weniger Zeit ist, dann muss eine kurze Wanderung reichen auf einen der vielen Salzburger Stadtberge oder Hausberge. Und im Urlaub unternehme ich sehr gerne Waldwanderungen, zwei Wochen quer durch Österreich. Und welche Persönlichkeit würden Sie gerne näher kennenlernen? Wenn Sie mich vor ungefähr einem Jahr gefragt hätten, dann hätte ich ganz eindeutig die deutsche Bundeskanzlerin genannt, Angela Merkel. Mittlerweile muss ich sagen aus heutiger Sicht, ich würde mich auch sehr gerne einmal mit der ehemaligen österreichischen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein unterhalten. Das finde ich sehr schön, dass Sie Ihren Namen nennen, denn Sie haben recht, Merkel haben wir schon öfter hier gehabt, auch Michelle Obama wurde hier schon oft genannt. Das freut mich. Und was machen Sie nach der Arbeit? Da bleibt im optimalen Fall noch Zeit zum Kochen und Entspannen. Wunderbar. Na, vielleicht kommen Sie am Wochenende dazu. Ja, hoffentlich. Herzlichen Dank und gute Heimreise nach Salzburg. Danke für die Änderung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.